Willkommen, im letzten Video habe ich euch gezeigt, wie wir Leer in einem bestimmten Ordner bekommen. Nichts anderes können wir tun, genauso können wir dieselben Funktionen verwenden, wenn wir die Ordnerstruktur ändern wollen. Nehmen wir an, wir wollen die Grenzpunkte hier hoch haben oder die Einlageflurstücke als erstes sehen. Dann können wir das über dieselbe Methode machen. Wir müssen bloß nacheinander uns überlegen, was oben stehen soll und was unten stehen soll. Wir fangen damit an, was unten stehen soll und gehen die Funktionen immer weiter durch, bis wir den letzten Leer anfassen, der dann oben stehen soll. Wir sagen jetzt einfach mal, Grenzpunkte Zusatzinformationen sollen ganz oben stehen. Anschließend in der Mitte Grenzpunkte als Punktleer und unten Einlageflurstücke, damit es nicht überdeckt, weil jetzt sind die Grenzpunkte überdeckt durch Einlageflurstücke. Wir fangen also mit dem an, was in der Reihenfolge ganz unten stehen soll, also Einlageflurstücke. Die Funktion habe ich euch im letzten Video erklärt. Wir beginnen mit Einlageflurstücke, hat es jetzt an die erste Stelle geschoben, man sieht da jetzt noch nicht so viel. Anschließend Grenzpunkte, Code ausführen und wir sehen, wie es hochrutscht. Und als letzten Layer die Grenzpunkte Zusatzinformationen und rutscht nach oben. So können wir mit der Funktion die Layer in der Reihenfolge sortieren. Wenn wir jetzt Grenzpunkte anschalten, liegen die über den Einlageflurstücken. Nächstes Video in zwei Tagen, 15 Uhr.